Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh liebe Geschwister in diesem Video zeige ich euch den Baghl von Shia al-Zindiq Fali da sagt er, wenn dein Auto nicht mehr funktioniert, wenn du stehen bleibst auf der Straße solltest du Abu Bakr und Umar und Uthman und Muawiyah verfluchen dann geht dein Auto wieder los und dazu hat er auch eine Geschichte erfunden wir hören zu, was der Raaf wieder vor sich labert, dieses Majusi und dann übersetzen wir das, inshallah da sagt er, wir sind eingeladen, damit wir da sagt er, wir sind mit einem Paraphilis losgegangen, um einen Synagoge aufzumachen irgendwo in einem Dorf und als wir unterwegs waren und die Straße, die zu diesem Dorf führte, war eng hoch und einseitig also die Straße war ja nur ein Einbeinstraße sozusagen da sagt er dann sagt er, wir sind halt zu dem er sagt dann natürlich Masjid, aber es ist kein Masjid, es ist Hussainiyah ja, es ist kein Masjid da sagt er, unterwegs haben wir ein liegen gebliebenes Auto gesehen da sagt er, dann haben wir jemanden gesehen, der aus dem Auto ausgestiegen ist und war ein großer Scheich, ein alter Mann der halt gegen mich, sagt er, dieses Barrel da sagt er, gegen mich immer halt vorgegangen ist und immer gesagt hat, dass wir nicht Abu Bakr und Umar und Uthman und Muawir verfluchen ja, also gegen ihn immer wieder sprach er sagt er, wir wissen natürlich nicht von Kfz die wissen natürlich von nichts die wissen nur von Mut'a und Hummus alles andere wissen die nicht da sagt er, wir wissen nicht, was Mechatronik und so bedeutet und wir können sowas nicht durchführen wir haben nur gesagt, können wir dir helfen dann hat er gesagt, nee, geht schon ruhig ich komme danach der war auch eingeladen da sagt er, wir sind zu dem Synagoge gegangen haben den Synagogen aufgemacht und haben dort halt gebetet und halt Chai getrunken Tee, ja nach dem, nach dem Gebet dann sind wir ungefähr um 15 Uhr wieder zurück dann haben wir den Mann trotzdem den Mann gesehen der immer noch auf der Seitenstraße war er war beschäftigt sein Auto zu reparieren da sagt er wir sind ja wir sind ja Ihnen nahe gekommen dann habe ich den Ilham gesehen der Satan hat Ihnen einen Traum gezeigt ja der Satan dann sagt er, ich habe was gesehen und der Satan hat Ihnen gezeigt was hat Satan Ihnen gezeigt dann hat er ihn gefragt was ist mit deinem Auto dann sagt er, seit drei, vier Stunden beschäftige ich mich ich weiß nicht, was da los ist dann sagt er, lass mich mal los ich habe von Satan eine Nachricht bekommen dass ich halt hinter der Steuer sitze und dann halt den Auto starte und die vier verfluche damit meint er Sayyidina Abu Bakr Saddiq und Sayyidina Umar und Sayyidina Uthman und Sayyidina Muawiyah giraffe y luckel Halle 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 Sind y Ich habe drei Mal die vier verflucht und habe zu dem Mann gesagt, mach mal die Mottohaube wieder zu und komm und sitze ich neben mir. Da sagt er, als er sich neben mir gesetzt hat, auf einmal das Auto hat angefangen zu funktionieren und ist angesprungen. Da sagt er, das ist eine Schwöre. Ihr seht ja, liebe Geschwister, die sagen nicht bei Allah, die sagen bei Zahra, bei Fatima. Ja, da sagt er, als ich halt dieses Verfluchten gemacht habe, hat das Auto angefangen zu funktionieren. Jetzt ist er ein Raferi, der darüber lacht. Er labert welche Sachen, die gar nicht mit der, mit das zu tun hat. Es labert einfach nur. Dann sagt er, ich habe ihn danach gefragt, was meinst du jetzt, verflucht du sie? Sehr, sehr lustig. Subhanallah, man sieht ja in seinem Gesicht, dass er wie eine Hyäne aussieht, Subhanallah. Man sieht, Subhanallah. Der Prophet sagt, Sallallahu alayhi wa sallam, Jawm al-Qiyama, beziehungsweise vor Jawm al-Qiyama, ja, ja, einer der Zeichen von Jawm al-Qiyama ist, dass die Menschen, halt, man sieht ja in deren Gesichtern, zum Beispiel, wenn einer so immer halt versucht, die Leute zu verarschen und versucht halt mit dies und das, dann sieht man in seinem Gesicht, dass er genauso wie ein Fuchs aussieht, ja. Subhanallah. Und der hier, Subhanallah, wenn man ihn anguckt, ja, ist wie eine Hyäne, Subhanallah. Ja, und dann wie er lacht, da sagt er, was, äh, da sagt er, ich habe ihn gefragt, äh, was, äh, meinst du jetzt, verflucht du sie? Da sagt er, ja, ja, ich werde sie auch verfluchen. Ja, das ist, das wird den Schi'an beigebracht, liebe Geschwister, in diesen ganzen Sitzungen. Den wird nicht beigebracht, Koran. Den wird nicht Sunnah beigebracht, diese Leute, die um ihn herum sind. Das sind alles Juhal, liebe Geschwister, um ihn herum. Den wird sowas beigebracht, liebe Geschwister. Ihr seht, hat Hussain getötet, natürlich eine Lüge. Und, äh, Umar und Abu Bakr und Muawiyah und Uthman. Das wird denen beigebracht, einmal was Koran betrifft, was Sunnah betrifft, was Fiqh betrifft, was, äh, Ilm al-Hadith betrifft, diese ganzen Sachen. Den wird das nicht beigebracht, liebe Geschwister. Ja. Barakallahu al-Faikum wa sallam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.